Jetzt kommen diese sogenannten Hamburger Gitter, Hamburger Reiter hier sowohl zum Einsatz, das kennen wir ja noch von der Arause Allee. Wenn er mich schon schwöre, dann kommt der entgegen, kommt da zurück, stellt sich an Unrecht beteiligt. Achso, nee, nee. Polizei, dein Feind und Helfer der Korrupten. Polizei, dein Feind und Helfer der Spekulanten. Wir arbeiten nicht für uns, wir arbeiten gegen uns, wir schaffen die Falschen, die Polizei, der Helfer der Korrupten und Spekulanten. Tolle Wurst, sagt euren Kindern mal, wo wollt ihr euren Kissen? Also, Leute sind hier immer noch drauf. Immer gut, immer Leute sind hier besser. Ich glaube, die Polizei ist auf dem Berg genau gestanden. Am 1. Ja, klar. Wurst Literally ist hier aber noch drauf. Auch da eine exemple, right? Okay. Das macht ja echt ein Mensch, aber das muss ich mal fern. Für 300 Leute seid ihr echt albern, ja. Noch ein Stückchen weiter. Noch ein Stückchen, einfach zurück. Noch ein bisschen. Noch ein Stückchen. Noch ein Stück. Stück weg. Achtung, Achtung. Ein Stückchen. 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 Aber Selbstbestimmung nicht, ich hab's da abgegeben. Wuuuuh! Das ist doch gut. Ich hab's vorher auch. Ich hab's vorher nicht geholfen. Nee, das ist ja schuld. Super! Ach, da ist noch eine Kamera. Okay. Ich hab's hier. Ach, da ist noch eine Kamera. Okay. Schuss, ich hab's hier. Schuss, ich hab's hier... Schon in der Maula. Ja, das ist ja, da ist ja... Fynn. Tschüss Geld. Schuss, wie? Schuss... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.